Nun, Freunde, hurtig ans Licht. Oh, Sie sind doch der Bestattungsunternehmer, der Sir Olivers Leiche nach Crawfield gebracht hat. So ist es, Madam. Schön, ich brauche Ihre Hilfe. Mein aufrichtiges Beileid. Wünschen Sie Begräbnis oder Einäscherung? Keins von beidem. Was halten Sie von dem Gerücht über den verstorbenen Sir Oliver? Ich bin seit 30 Jahren Bestattungsunternehmer in Crawfield. Bei mir hat noch nie eine Leiche gelacht. Ich habe nicht mal gekichert. Die Trauerfeier muss Ihre Nerven aber ganz schön strapaziert haben. Sind Sie deshalb auf den Drink hergekommen? Ich bin manchmal auch gern Unterlebenden. Sonst noch Fragen? Wo ist dir das Telefon? Ah, danke schön.